Was hast du am wenigsten am Bodybuilding gemocht? Die Steroide. Was du gerade zwischendurch einfach mal reingeworfen hast und wo ich absolut unterschreiben würde, warum ist das der beste Sport der Welt? So meine Lieben, bevor es jetzt gleich losgeht, unser heutiges Video wird gesponsert von Optimum Nutrition. Mein Partner in Sachen Supplemente und das auch schon seit Jahren. Ihr seid auf der Suche nach einem geilen Ray, was nicht nur Top-Werte hat, sondern auch noch schmeckt? Dann seid ihr mit dem Gold-Standard von Optimum genau richtig. Nicht umsonst das meistverkaufte Ray weltweit. Ihr braucht einen kleinen Boost nach langen, intensiven Trainingseinheiten? Kein Problem. Essential Amino Energy. Kommt nicht nur in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen und versorgt euch auch noch mit Aminosäuren, Vitamin und Koffein während dem Training. Und wer viel trainiert, bekommt auch viel Hunger. Perfekt für zwischendurch und auf Reisen. Fruit und Nut, 20 Gramm Eiweiß, keine künstlichen Zucker und reich an Ballaststoffen. Also für eure nächste Shopping-Tour bei Optimum Nutrition benutzt gerne meinen Code FIELIEP10 und dann unterstützt uns und auch die nächsten Videos. Und jetzt sage ich viel Spaß beim Zusehen. Einen wunderschönen guten Tag. Wie man schwer oder nicht schwer feststellen kann, sind wir heute nicht in meinem Zuhause, nicht in Berlin. Und zwar sind wir in Gudensberg, besser gesagt in der Sportschule Gudensberg. Und der Gast, den ich euch heute vorstellen darf, möchte ich beschreiben als Sprachrohr der deutschen Bodybuilding-Szene. Ehemaliger Profisportler, Fitnessstudio-Inhaber, Familienvater, Geschäftsmann und wir haben wahrscheinlich mehr Gemeinsamkeiten, als er gerade noch denkt. Matthias Borthoff. Vielen Dank für die Einladung, aber eigentlich bist du ja bei mir, aber ich bin ja eingeladen auf deinem YouTube-Kanal. Du nimmst dir die Zeit. Ich nehme dir die Zeit, aber freue mich drüber. Ich quatsche immer gerne über Sport und auch natürlich am liebsten mit Menschen, die auf dem Sport verbunden sind. Und bei dir sieht man es ja, du siehst super gut aus. Da hat man schon einige Stunden im Fitnessstudio verbracht. Das fällt mir nicht sofort ins Auge. Deswegen umso mehr die Freude bei mir, dass wir mal gemeinsam quatschen können. Sehr schön. Gemeinsamkeiten. Ich weiß ja durch den Justin, unser gemeinsamer Videograf. Du hast ja auch eine Kampfsportschule. Du bist selber Kampfsportler. Ja, nicht jeder. Oder sagen wir es mal so. Die meisten kennen mich ja durch den Bodybuilding-Sport. Genau. Aber ich habe davor schon sehr intensiv Kampfsport gemacht. Ich habe im Alter von zehn Jahren angefangen, habe dann noch jahrelang Wettkämpfe gemacht und bin eigentlich erst sehr spät zum Bodybuilding gekommen. Als ich den ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht habe, war ich schon 32 Jahre alt. Also eigentlich schon zu alt, könnte man sagen. Aber dadurch, dass ich natürlich auch in der Kampfsportzeit schon Fitness-Training gemacht habe, Gewichte gehoben habe, war halt die Grundvoraussetzung schon irgendwo vorhanden. Ganz kurz, Karate, oder? War deine Grundlage? Karate, Taekwondo, Kickboxen, alles, wo man tritt und schlägt. Genau. Dazu auch unsere Gemeinsamkeiten. Ich habe auch mit sechs Jahren damals angefangen, Karate zu machen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin auch geschuldet der 80er-Jahre-Vorbilder. War halt so Jean-Claude Van Damme und die üblichen Verdächtigen. Und da macht man halt entweder, ist man wahrscheinlich Bodybuilder geworden wegen Arnold, oder man hat halt einen Kampfsport gemacht. Karate-Tiger. Da bin ich aber ganz ehrlich zu dir. Das war natürlich auch meine Inspiration. Natürlich habe ich diese Filme gesehen und war dann schon angefixt durch Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Das war natürlich auch meine Zeit. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt, du bist noch einen Tick jünger als ich, würde ich sagen. 86er-Baujahr. Ach, das ist ja so ein Grün hinter den Ohren. Ein Küken, könnte man quasi noch sagen. Ich bin 72 geboren, also mittlerweile über 50. Das war halt die Zeit. Die Heroes, man muss auch dazu sagen, es gab noch keine sozialen Medien. Sowas wie YouTube, das hätte ich mir da gar nicht vorstellen können. Das gab es nur in Demolition Man. Absolut. Das ist da interessant. Die ganzen Filme von damals, die haben uns quasi gezeigt, was wir jetzt eigentlich so haben. So Videotelefonie und den ganzen Spaß. In Star Trek schon, hier die Club-Handys. Ja, vollkommen richtig. Aber da war halt dann die Motivation, so ein Rocky-Film, da hast du noch die Videokassette, das werden die ein oder anderen Zuschauer gar nicht mehr kennen. Das ist super, ich habe mir das aufgeschrieben, für später. Okay, aber so war das bei mir natürlich auch. Das ist auch vollkommen legitim. Mittlerweile haben natürlich die jungen Menschen andere Vorbilder. Irgendwann wird man auch einen Schwarzenegger oder Stallone nicht mehr so verherrlichen, wie wir das gemacht haben. Aber es war halt damals so unsere Zeit. Hat alles in der Zeit gehabt. So, du bist ja jetzt bei mir auf meinem YouTube-Channel zu Gast. Und wir machen es genauso wie mit unseren anderen Gästen. Ich frage dich am Anfang kurze Fragen, wo du am besten nicht groß überlegst, sondern einfach so aus dem Bauch heraus entscheidest, mit der Antwort gehe ich. Und damit fangen wir auch an. Hört sich spannend an. So, Matthias Botthoff, kurze Fragen. Open Bodybuilding oder Klassikphysik? Ja, offene Klasse natürlich. Champions League, auf jeden Fall offene Klasse. Okay. Dein Lieblingsbodybuilder? Aktiv oder ehemalig? Von der Optik her, Flexwheeler. Ich müsste jetzt eigentlich sagen, Markus Rühl, aber wer will das schon hören? Ja, ja. Nein, Flexwheeler. Ist Kardiotraining sinnvoll? Definitiv ist Kardiotraining sinnvoll. Wer Sport treibt, sollte immer eine vernünftige Kombination zwischen muskulärem Training und Herz-Kreislauf-Training finden. Kardiotraining, definitiv sinnvoll. Gibt es die Supplemente, die schnelle Erfolge versprechen für Muskelaufbau und zum Fettverlieren? Muskelaufbau, ja. Ja, Supplemente zur Fettverbrennung eher bedingt effektiv, würde ich jetzt eher Abstand von halten. Aber es gibt natürlich ein, zwei gute Supplemente. Man sollte es jetzt nicht komplett verteufeln, auch wenn mittlerweile, ich sollte mich ja kurz fassen, ne? Entschuldigung, auch wenn mittlerweile natürlich eine riesen Lebensmittelindustrie dahinter steht. Ja, es gibt gute Supplements, aber um mich kurz zu fassen, Basic sollte immer eine gesunde Ernährung sein. Und wie gesagt, wir reden hier von Ergänzungen. Okay, nächste Frage. Ich erläutere die später auch nochmal. Ist Profi-Bodybuilding ein gefährlicher Sport? Ja. Freies Training oder Maschinengeführt? 50-50. Wer würde gewinnen? Jean-Claude Van Damme gegen Steven Seagal. Wo war nach welchem Regelwerk die kämpfen? Van Damme. Ja, hätte ich auch getippt. Lieblings-Sheetmeal von dir persönlich? Käsekuchen. Okay, mit oder ohne rosieren? Ohne. Ja, ich auch. Was hast du am wenigsten am Bodybuilding gemacht? Die Steroide. Lieblingsbeinübung? Ich habe schon immer sehr gerne Beinpresse gemacht. Okay. Das waren die kurzen Fragen. Ach, schon durch? Ja. Hervorgen. Ich hoffe, ich habe sie kurz genug beantwortet. Jetzt kommen wir nämlich zu den ausführlichen Sachen. Ich habe ja nämlich auch eine Story geschaltet, dich vorgestellt und habe gesagt, Mensch, Leute, wenn ihr jetzt mal wirklich nicht nur an mich, sondern auch an den ausgewiesenen Profi eure Fragen habt, dann her mit den Fragen. Auch zum Anfang überhaupt, das hast du so ein bisschen vorweggenommen, deinen sportlichen Werdegang. Du hast gesagt, du hast mit Kampfsport angefangen und dann bist du relativ spät ins Bodybuilding eingestiegen. Und meine nächste Frage wäre dann gewesen, wieso kam denn die Entscheidung, Bodybuilder zu werden? Also ich habe natürlich über viele Jahre hinweg im Kampfsport Wettkämpfe gemacht und mal gewinnt man, mal verliert man, aber prinzipiell gibt es halt immer was auf die Mütze. Und irgendwann war ich, was den Kampfsport betrifft, so ein bisschen ausgebrannt. Ich war so ein bisschen leid. Wie schwer warst du zu deiner Kampfsportzeit? Die letzten Kämpfe, die habe ich so gemacht mit 105, 106 Kilo. Bei einer Größe von? Und ich war, wie gesagt, irgendwann ausgebrannt und hatte mich dann entschieden, okay, jetzt erstmal keine Wettkämpfe mehr. Wenn du aber dein Leben lang für Wettkampfsport trainiert hast und dann sagst, okay, ich höre jetzt auf, Wettkämpfe zu machen, dann gehst du auf einmal ins Fitnessstudio, ins Training und auf einmal denkst du dir, ja, wofür trainiere ich jetzt überhaupt? Das heißt, die Motivation hat mir gefehlt, das war das erste Ding. Was machst du jetzt? Du fällst erstmal in so ein Loch, du machst keine Wettkämpfe mehr im Kickboxen oder Karate. Und dann haben meine Kumpels zu mir gesagt, ja, dafür, dass du kein Bodybuilding machst, siehst du doch ganz gut aus. Mach doch mal so ein Bodybuilding-Wettcamp. Ich würde gerade sagen, 105 Kilo bei 1,88, wahrscheinlich auch in einer sehr guten Form eigentlich. Das ist schon mehr als stabil. Die Form war in Ordnung. Und dann habe ich halt gesagt, okay, klar, warum nicht? Ich habe ein Fitnessstudio, das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon, circa vier Jahre. Das hier? Ja. Okay. Und dann kam die Entscheidung, ich mache halt mal so einen Bodybuilding-Wettkampf mit, was ich dann nicht ahnen konnte. Ich war halt von Anfang an erfolgreich. Ja. Und bei meinem ersten Wettkampf in der ersten Reihe, das war halt damals noch ein klein bisschen anders, das gab halt, wie gesagt, Instagram, YouTube und sowas noch nicht. Oder jedenfalls, ich kannte es nicht. In der ersten Reihe saß von einer großen Supplementfirma der Chef. Und der hat diesen Wettkampf gesehen. Nachdem ich dann diesen Wettkampf gewonnen hatte, hat er mich angesprochen und sagte, hier, wie sieht denn deine Zukunft aus? Und bla bla bla. Und ja, nach meinem ersten Wettkampf hatte ich auf einmal schon meinen ersten Sponsor vertragen. Das heißt, ich habe meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht und habe direkt damit Geld verdient. Ja, und dann war ich in dieser Bodybuilding-Schiene so drin. Das, was eigentlich nicht geplant war, noch mehrere Wettkämpfe zu machen, ich wollte wirklich mal nur einmal so auf die Bühne. Das ist wie quasi einmal den Marathon laufen, dass man sagt, einmal muss man sowas gemacht haben. Ja, so schauen, die sieht man aus, so mit Sixpack und abgezogen und so. Das ist der Bodybuilding-Jargon. Das wollte ich einfach mal sehen, mal erleben. Obwohl ich schon immer Bauchmuskeln hatte und so, aber ich wollte halt mal so Hardcore-Diät machen und so definiert aussehen. Und dachte, nimmst du den Wettkampf mit? Und ja, und dann, wie gesagt, bedingt durch den Sponsor und dass ich dann von Anfang an Geld verdient habe, bin ich so in dieses Bodybuilding reingerutscht. Mehr oder weniger nicht gezielt von Anfang an. Wie viele Jahre hast du es dann schlussendlich aktiv gemacht? Ich habe nur zehn Jahre Wettkampf-Bodybuilding gemacht. Wobei man ja sagen muss, zehn Jahre Wettkampf-Bodybuilding ist körperlich denn doch eigentlich schon viel länger. Ja, aber es ist eigentlich, glaube ich, wie jeder Sport, den du als Profi betreibst, es hat alles einen hohen Verschleiß. Und alles, was du extrem betreibst, hat auch einen, es ist nicht mit dem Auto. Fährst du den oft in einem roten Bereich, musst du auch dementsprechend oft Teile ersetzen. Bei uns ist die Schwierigkeit, wie kann ich einfach das Knie austauschen oder so? Ja, definitiv. Man muss halt immer berücksichtigen, wir reden hier von Wettkampf-Bodybuilding, später dann auch Profi-Bodybuilding. Fitness- und Bodybuilding-Sport ist das Tollste, was es gibt. Und das Gesündeste, was es gibt. Man kann jedem nur empfehlen, mit Gewichten zu arbeiten, ein bisschen Ausdauer zu treten. Es gibt keinen besseren Sport. Aber dann müssen wir halt nochmal differenzieren von den ca. 10 Millionen Menschen, die ins Fitnessstudio gehen. Da gibt es halt so einen ganz kleinen Kreis, der macht halt dieses Wettkampf-Bodybuilding. Und in dem Moment, wo du etwas als Wettkampf-Sport machst, entfernst du dich natürlich auch vom Gesundheitssport. Und je extremer du das betreibst, desto weniger gesund ist es. Dem muss man sich halt immer bewusst sein. In manchen Sportarten akzeptiert man das einfach. Da ist es halt so, wenn jemand Fußball spielt, der weiß halt, die Knie werden in Mitleidenschaft gezogen. In vielen anderen Sportarten weiß man das auch. Im Bodybuilding oder im Fitness-Sport, ja, da sieht man es vielleicht nicht so gleich auf den ersten Blick. Weil man sagt, die gehen ja alle ins Fitnessstudio. Und ich finde, das wird auch extrem unterschätzt. Weil viele sagen ja, ach ja, die Bodybuilder, wenn ich jetzt mir auch Steroide nehmen würde, dann würde ich genauso aussehen. Nein, würdet ihr nicht. Es ist so ein kleiner Prozentsatz, der schlussendlich so aussehen würde, weil er erstens die Disziplin hat, so hart zu trainieren, die genetischen Voraussetzungen dazu hat. Da gehört immer noch viel mehr dazu, als die Allgemeinheit eigentlich denkt. Ja, vollkommen richtig. Man kann es jetzt nicht nur abtun auf die Medikamente, die dann genommen werden. Deswegen. Weil wir jetzt hier auch wirklich differenzieren müssen. Es gibt auch viele sehr gute, muskulöse, natural Bodybuilder. Also nicht jeder, der einen Bodybuilding-Wettkampf macht, nimmt gleich Steroide. Und man muss dann auch nochmal differenzieren zwischen Amateur-Bodybuilding und Profi-Bodybuilding. Profi-Bodybuilding, so wie ich das dann im späteren Verlauf gemacht habe, das ist natürlich kein sauberer Sport. Da werden Medikamente genutzt. Und das ist natürlich dann auch das hohe Risiko, was der Bodybuilder-Sportler da eingeht. Das Training mit Gewichten, da ist eigentlich relativ sicher. Da passieren auch selten Verletzungen. Ich glaube, seltener als beim Skifahren, beim Sports-Spielen oder beim Fußballspielen. Aber was das Profi-Bodybuilding natürlich dann so gefährlich macht, ist zum einen die hohe Muskelmasse, die Belastung für dein Herz-Kreislauf-System und natürlich dann auch der, in Anführungsstrichen, Missbrauch von Medikamenten, die eingenommen werden. Wobei man sagen muss, es gab mal eine Studie vor kurzem, dass im Amateur-Bereich, das haben die auch auf Marathonläufer ausgeübt, dass dort viel mehr Substanzen eingesetzt werden, obwohl die Leute nicht damit ihr Geld verdienen. Aber einfach nur, Schluss, es ist ja eine Ego-Sache. Ich will schneller werden, ich will besser werden. Bin ich jetzt kein Experte. Ich will es nur nicht verherrlichen. Es ist eine gefährliche Sache, keine Frage. Auf der anderen Seite, wir alle als Menschen, oder die meisten Menschen von uns, gehen halt immer auch gewisse Risiken ein. Viele trinken Alkohol, andere rauchen, manche kiffen auch immer ganz gerne. Essen den ganzen Tag Zucker. Essen Fett, sind übergewichtig, machen vielleicht keinen Sport. Ich würde das nie jemandem zum Vorwurf machen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, für seine Gesundheit. Wenn jemand meint, er müsste Medikamente zur Leistungssteigerung nehmen, oder um besser auszusehen. Oder auch die plastische Chirurgie. Es ist ja schlussendlich... Auch eine wirklich extrem gefährliche Sache. Und da mache ich ja auch was der Optik wegen. Ich müsste mir ja die Brüste nicht vergrößern lassen. Ich müsste nicht mein Gesicht liften lassen oder so. Es sind eigentlich genauso überflüssige Dinge, wie der Einsatz von Medikamenten für die Muskulatur. Aber es sieht halt leider oft gut aus. Es ist halt so ein bisschen in uns Menschen drin. Zum einen wollen wir das Extreme. Auf der anderen Seite verteufeln wir das dann auch wieder ein bisschen. Ich glaube, wir sind in vielen Dingen in unserem Leben so ein bisschen im Zwiespalt. Und das trifft, glaube ich, auf viele von uns persönlich zu, die das vielleicht auch nicht so zugeben wollen. Natürlich, viele von uns, ein ganz anderes Beispiel, möchten gern was tun für den Umweltschutz. Lieben aber trotzdem auch einen schönen Sportwagen. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dementsprechend sollte man immer mit dem, was jemand macht, auch respektvoll umgehen und auch beide Seiten immer betrachten. Leben und leben lassen. Was du gerade zwischendurch einfach mal reingeworfen hast und wo ich absolut unterschreiben würde, warum ist das der beste Sport der Welt? Wir reden jetzt vom Bodybuilding, vom Fitnesssport, wir reden nicht vom Wettkampfsport. Nein, wir reden vom Kraftsport. Es gibt keine Sportart, die so viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, wie das Training mit Gewichten. Und das ist ja jetzt nichts, was ich erfunden habe, sondern das sagt eindeutig mittlerweile die Wissenschaft. Und schaut man sich mal diesen Fitnesssport an, es gibt ja mittlerweile keine Sportart mehr, in der nicht Kraftsport, Fitnesstraining zum Trainingsplan dazugehört. Selbst ein Golfspieler, ein Formel-1-Fahrer, alle haben mittlerweile als Basis ein gewisses Fitnesstraining, ein gewisses Krafttraining dabei. Gehen wir vom Sport weg, hin zur Medizin, es gibt eigentlich keine Krankheiten mehr, Verletzungen mehr, die nicht positiv beeinflusst werden durch Sport. Natürlich mag es extreme Sachen geben, wie eine Krebserkrankung oder so, wo man dann sagen kann, okay, da wird der Sport jetzt nichts bringen. Aber in vielen, vielen anderen Dingen, angefangen mit Übergewicht, Diabetes, verschiedene Knochenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und, und, und. Die Zahl derer, die man mit Krafttraining positiv beeinflussen kann, ist fast unendlich. Und es gibt mittlerweile auch sehr gute Studien, wo gesagt wird, dass das Krafttraining sogar dem Herz-Kreislauf-Training, also dem Fahrradfahren, dem Ausdauertraining, noch überlegen ist. Weil ich muss ja auch, ob ich jetzt Fahrrad fahre oder jogge, ich mache es ja mit meiner Muskulatur. Und wenn ich die nicht habe, dann ist auch Fahrradfahren und Joggen nicht gut. Also brauche ich ja die Muskulatur, muss ich erstmal aufbauen. Und das mache ich meistens nicht durch Fahrradfahren und Joggen. Und es hat auch, was auch meist unterschätzt wird, finde ich, kannst du auch bestimmt bestätigen, einen hohen mentalen Effekt, psychologische Komponente. Absolut. Fühle ich mich wohl mit meinem Körper, bin ich automatisch entspannter, bin ich ein glücklicherer Mensch. Ich habe vorgestern, ich habe sogar einen Post auf Instagram gemacht, ich habe eine 85-jährige Dame beim Sport beobachtet. Ich habe noch nicht gewusst, dass sie 85 war. Aber sie kam ins Fitnessstudio rein, hat sich vorbildlich warm gemacht, hat ihre tiefe Kniebeuge gemacht, mit einer PVC-Stange, aber es war ja egal, hat dann Ausfallschritte gemacht. Wahnsinn. Hat einen Liegestütz gemacht und dann bin ich hin nach 40 Minuten und habe gesagt, junge Dame, also mein höchsten Respekt, wie Sie hier trainieren, darf ich mal fragen, wie alt ist sie? Und ich sage, Baujahr 39, 85 Jahre alt. Und die meinte auch, das Geheimnis ist, nie locker lassen, älter werden ist eine miese Geschichte, aber aktiv bleiben. Und da sage ich mir, 85, das ist das beste Beispiel dafür, was du gerade gesagt hast, macht man seine Übungen, wirkt man denen entgegen. Absolut. Sagt keiner, dass du damit 100 Jahre alt wirst, aber schenkt den Leben vielleicht mehr Lebensqualität. Ja, sage ich zu meiner Mutter auch immer. Meine Mutter geht auch ins Fitnessstudio, ist über 70 und es geht nicht darum, Germany's Next Topmodel zu werden, es geht einfach darum, möglichst lange im Alter noch eine gewisse Lebensqualität zu haben, noch beweglich zu sein, agil zu sein. Und meine Mutter macht das spitze. Mit über 70 ist die immer noch fit, die trinkt ihren Proteinshake, wo wir wieder beim Thema Ergänzungen sind. Das funktioniert. Und so habe ich viele Ältere hier im Fitnessstudio. Auch eine wundervolle Sache in diesem Sport, dass der Sport sich über die Jahre so weiterentwickelt hat. Früher hat man ja an Bodybuilding und Fitnesssport, an die Leute gedacht, die wie Markus Rühl mit Stirnband und so rosa Flatterhose und Gewichthebergürtel durchs Studio gestampft sind, geforzt, gestürmt haben. Zuhalter aus Hamburg. Genau. Echt, hat der gepupst? Sei mal dahingestellt. Aber mittlerweile ist es Mainstream geworden. Was man in den USA schon vor einigen Jahren beobachten konnte, ist jetzt auch nach Europa, nach Deutschland gekommen. Mittlerweile findest du Sportler jeden Alters im Fitnessstudio. Abgesehen von kleinen Kindern. Also nicht, dass mich einer gleich festnagelt in dem Video mit bösen Kommentaren. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Und das ist halt das Schöne daran. Das macht den Sport auch so wertvoll. Und er kann halt gerade auch im Gesundheitsbereich nach Operationen. Früher hat man eine Rückenoperation gehabt, Bandscheiben-OP. Und hast du erst mal tagelang im Bett gelegen. Heute werden die Leute operiert. Zwei Tage später geht es in die Reha. Zwei Stück. Und was machen die in der Reha? Sie machen Kraftsport. Am ersten Tag. Hüft-Operationen, Knie-Operationen. Das ist mittlerweile fast Normalität, dass man sagt, man treibt Sport, man macht Fitnessstudio. Diese Reha-Komponente ist nicht zu vernachlässigen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ist übrigens auch eine Sache, die mir damals Arnold Schwarzenegger erzählt hat. Ich habe das Glück gehabt, Arnold Schwarzenegger kennenlernen zu dürfen. Ich habe das Foto in einem Video gesehen. Und wir haben gemeinsam dann gefrühstückt, gegessen, haben am Tisch gesessen. Und da hat er mir erzählt, vor so und so vielen Jahren, sein Kumpel Bob Lorimer und Jim Lorimer, das ist der Sohn. Wir haben das Ziel gehabt, Bodybuilding auf der ganzen Welt für jeden zugänglich zu machen. Wir wollten Bodybuilding groß machen. Wir wollten, dass jeder Mensch Bodybuilding macht und die Vorteile erkennt. Und er sagt, mittlerweile haben wir das geschafft. Er hat dann Arnold zu mir gesagt, mittlerweile hast du überall Fitnessstudios. Im Hotel, auf dem Schiff. Er sagt, es gibt keinen Ort auf dieser Welt mehr, wo kein Fitnessstudio ist. Fitness wird überall gemacht und das war damals unser Traum, Bodybuilding so groß zu machen. Das ist richtig. Nochmal zu dir und dem Training zu kommen. So, du bist ja jetzt quasi im Bodybuilding-Ruhestand. Rentner, Bodybuilding-Rentner. Bodybuilding-Rentner. Findest du das schlimm oder guckst du manchmal wehmütig zurück, wenn man jetzt sagt, also der Körper geht ja dann auch durch eine Veränderung. Du hast wahrlich bestimmt nicht mehr das Gewicht, was du halt damals hattest. Gott bewahre. Oder sagst, irgendwie juckt es mich denn schon nochmal, irgendwie auf die Bühne zu gehen. Oder sagst du, ich bin fein damit, ich akzeptiere das. Und nein. In Anbetracht dessen, dass ich ja viele Jahre Wettkampfsport gemacht habe, habe ich natürlich auch über die Jahre meinen Verschleiß gehabt. Das heißt, mehr oder weniger kleine Verletzungen gehören dann einfach dazu. Hat das mal was Großes? Also ein Abriss oder so? So richtig groß eigentlich nicht. Schon verschiedene Sachen mal abgerissen. Dann ist es mal der Bizeps, dann ist es die Brust, wie jetzt das Problem ist. Aber im Großen und Ganzen, diese muskulären Sachen kann man irgendwo noch verschmerzen. Wenn es dann an die inneren Organe geht, Herz, Leber, Nieren, ich glaube, das ist dann eher beängstigend. Dass nach jahrelangen, extrem schweren Kraftsport und Kampfsport schon mal die Schulter wehtut oder das Knie, ist, glaube ich, relativ normal. Das haben auch Menschen, die keinen Sport getrieben haben. Dann tut einem das Knie weh. Aber was viel einschneidender ist oder was einen natürlich viel mehr beschäftigt, ist natürlich das Kopfproblem, was du hast. Weil ich war ja wirklich in diesem Perfect-Body-Tunnel, war ich ja drin. Das meinte ich ja so. Du strebst nach mehr Muskelmasse, nach diesem extrem, in Anführungsstrichen, schönen Körper, der natürlich nicht schön ist, sondern nur in deiner Illusion, in deiner eigenen Vorstellung empfindest du das noch als schön. Du denkst jedes Mal, wenn du morgens aufstehst und schaust in den Spiegel, mein Gott, bin ich dünn. Du wiegst aber 140 Kilo und hast noch Bauchmuskeln. Das heißt, deine Eigenwahrnehmung ist komplett gestört. Und das kommt natürlich dann später irgendwann wie ein Bumerang zurück. Das heißt, ich hatte dann extreme Probleme, damit klarzukommen, dass das jetzt alles rückläufig ist und dass ich nicht mehr so aussehe wie früher. Und du kommst da tatsächlich in eine Depression, das macht dich richtig fertig. Ich habe Probleme damit gehabt, das gebe ich zu. Was mir dann am Ende geholfen hat, war einfach neue Ziele zu finden. Dass ich halt wegkomme von diesem, nur auf diesem Körper fixiert, andere Sachen gefunden habe, die mich zufriedenstellen, die mich befriedigen, die mir Freude bringen. Auch herausfordern wahrscheinlich. Absolut. Das war zum einen der ganz größte Einfluss, war das Gründen dann von einer Familie, zu sagen, ich möchte gerne ein Kind haben. In dem Moment, wo dann meine Tochter da war, waren alle Depressionen weg. Weil du hast die komplett neue Zielsetzung gehabt, zu sagen, ich lebe jetzt nicht mehr für mich, sondern für meine Tochter. Auf einmal war mir der Bizeps, wie dick der ist, das war mir komplett egal in dem Moment. Solange er dann auch die Kleine hochheben kann. Komplett, komplett was anderes. Und die zweite Komponente, dann irgendwann zu sagen, okay, du hast jetzt über die Jahre so viel Wissen dir angeeignet mit dem Sport, gib das an andere weiter. Klar, verdien auch dein Geld damit, logisch, mache ja sowieso mein Fitnessstudio. Aber arbeite als Coach, versuch nicht nur Wettkampfathleten dein Wissen zu vermitteln, sondern das, was ich hier erzähle, auch an die normalen Menschen, die einfach ein bisschen zu dick sind oder sich zu dünn fühlen, versuche denen zu helfen, versuche mehr als Trainer zu arbeiten. Und jetzt hole ich mir halt praktisch die Erfolge, die ich selber nicht mehr habe, über meine Klienten, mit denen ich arbeite. Und wenn ich dann jemandem helfen kann, 20 Kilo abzunehmen, bin ich happy. Das befriedigt mich dann, das sind ja meine persönlichen Erfolge. Trainierst du aber selber noch regelmäßig? Ich trainiere noch regelmäßig. Ich mache noch viermal die Woche Krafttraining, mache zweimal die Woche mein Kampfsporttraining, mache fünfmal die Woche mein Kardiotraining. Also ich versuche schon, natürlich sportlich aktiv zu sein, aber lange nicht mehr mit der Intensität, wie ich das früher gemacht habe als Wettkampfsportler. Jetzt geht es wirklich um die Gesunderhaltung und einfach um den Spaß. Es macht mir einfach Spaß, mich zu bewegen. Ernährung ist wahrscheinlich eh nicht. Also Bodybuilding ist natürlich auch eine sehr eingeschränkte Sache, was die Ernährung angeht, weil du isst nicht alles, du musst extreme Mengen essen an bestimmten Mikro- und Makronährstoffen. Und jetzt ist es auch bei dir wahrscheinlich gesund. Ja, also in den zehn Jahren, wo ich Wettkampf-Bodybuilding gemacht habe, habe ich zehn Jahre lang nichts gegessen, was ich vorher abgewogen habe. Also ich habe zehn Jahre lang nur nach Planen gegessen. Man kann sich Essen abwiegen. In zehn Jahren habe ich zweimal eine Pizza gegessen. Und ich weiß jetzt noch, wo das war und wann das war. Die Zeiten sind natürlich jetzt durch. Ich ernähre mich immer noch sehr gesund, sehr bewusst, weil mir das halt einfach schmeckt. Ich mag mein Hühnchen, meinen Salat. Man kann es auch jeden Tag bei mir auf Instagram sehen. Meine Frau ist eine begnadete Köchin, die es mit sehr viel Liebe macht. Und das schmeckt mir einfach. Also ich würde dieses Hähnchen mit Reis und ein bisschen Salat, würde ich immer den Pommes rot-weiß vorziehen. Das schmeckt mir halt einfach. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal Appetit auf ein Stück Kuchen habe, mache ich das. Und heute Abend wird es auch eine Pizza bei uns geben. Samstags gibt es dann mit den Kindern, mit der Familie einen Pizzaabend. Die gönne ich mir dann halt auch. Also es ist nicht mehr so fixiert und engstirnig, wie das früher mal war. Aber ansonsten ist gesunde Ernährung nach wie vor mein Alltag. Und das gebe ich natürlich auch meinen Klienten weiter. Keine Frage. Ich habe seit, glaube ich, 18 Jahren das gleiche Frühstück. 18 Jahre. Wir müssen noch mal nachlesen. Das ist es. Immer das gleiche Frühstück. Rührei. Vollei oder Eiklar? Eiklar. Bisschen mehr Eiklar, weil ich esse schon eine große Portion. Weil Eigelb hat sehr viel Fett wahrscheinlich. Ja, ich will ja das Fett nicht so hoch haben, aber es ist halt ein bisschen weniger Eigelb als Eiweiß. Es gibt dann mein Rührei, dann gibt es mein Tee dazu. Es gibt eine Kohlenhydratquelle, im Normalfall Haferflocken und ein bisschen Obst. Aktuell esse ich auch mal gerne einen Toast, weil meine Tochter isst gerne Toast. Dann gibt es auch mal einen Erdbeer-Toast dazu. Aber diese Grundlage des Frühstücks, seit zig Jahren gibt es bei mir das Rührei. Ja, wir haben einen sehr ähnlichen Frühstückstil. Schmeckt mir halt einfach. Aber es ist halt so. Ab und zu haben wir einen Saft dazu, einen frisch gepressten, wenn ich das Obst halt nicht so esse. Aber im Normalfall Rührei, Obst, dann Haferflocken, Toast und meinen Tee dazu. Du hast ja vorhin schon gesagt, Bodybuilding oder Kraftsport ist viel mehr sozial akzeptiert geworden. Es ist viel verbreiteter noch wie vor 10, 20, 30 Jahren. Es gibt überall die Fitnessstudios. Und was es ja auch durch die sozialen Medien, Instagram, YouTube, jetzt viel mehr greifbarer gibt, ist Bodybuilding als Wettkampfsport als solches. Wir haben ja auch glücklicherweise jetzt wieder deutsche Athleten, die international auf der höchstmöglichsten Bühne da ihren Sport machen und die quasi Bodybuilding geben. Also Bodybuilding, finde ich, erfährt gerade so ein bisschen so eine neue Sympathie oder so eine neue Fanwelle. Aber gerade, weil wir auch sehr junge Wettkampf-Bodybuilder haben in Deutschland, war meine Frage vorhin, ob Bodybuilding auch vielleicht ein gefährliches Vorbild sein können. Weil viele der jungen Leute sagen sich, oh, das ist das Maß aller Dinge. Ich muss so schon mit 22 aussehen. Ich muss den kompletten, aus Stein gemeißelten Körper haben und dann gehe ich auf die Bühne und dann muss der Olympia. Ich finde, das verschleiert immer so ein bisschen das Bild, wie das eigentlich so sein sollte. Findest du das auch, dass das vielleicht ein bisschen eine Krux sein kann? Also generell haben die sozialen Medien ja nicht nur Vorteile, sondern bringen auch viele Nachteile mit sich. Und ein Nachteil, den ich da persönlich sehe, steinigt mich nicht. Ihr seht das vielleicht anders. Aber ein Nachteil ist natürlich, dass wir früher uns immer verglichen haben mit Menschen in unserem leeren Umfeld. Jetzt vergleichen wir uns mit Menschen, die wir auf den sozialen Medien sehen. Und dann schauen wir uns immer die Schönsten und Tollsten an. Und das sind nicht die, die bei mir im Fitnessstudio trainieren, sondern ich habe auf einmal die ganze Welt, die ich mir anschaue. Und das vermittelt mir den Eindruck, dass alle auf einmal wunderschön sind und dass alle diesen Luxuskörper haben. Aber das ist nicht die Norm. Wir haben nur unseren Horizont erweitert. Wir haben unser Blickfeld erweitert, weil wir jetzt das große Ganze sehen. Und wenn wir dann einfach einmal angefangen haben, diese schönen Menschen anzuklicken, dann werden mir halt auf den sozialen Medien immer nur schöne Menschen gezeigt. Aber es kann halt nicht nur mal jeder so aussehen, wie du jetzt aussiehst. Das ist nicht die Realität. Es gibt ein paar, die sind halt von Gott beschenkt. Die sehen halt besser aus, haben halt diese tolle Optik, egal ob Frauen oder Männer. Und da gibt es auch welche, die sind besser trainiert. Aber im Großen und Ganzen vergleichen wir uns da mit den falschen Menschen. Und das birgt halt immer Gefahr, dass ich Minderwertigkeitskomplexe bekomme, dass ich mir die falschen Vorbilder nehme, dass ich einfach den Bezug zur Realität so ein bisschen verliere. Nur mal um so ein kleines Beispiel zu nennen. Meine Frau ist auch viel in den sozialen Medien aktiv. Und ich weiß gar nicht, vor nicht allzu langer Zeit sagt sie zu mir, ja, wir müssen mal wieder Urlaub machen. Ich sage, wir waren doch gerade im Urlaub. Und dann sagt sie zu mir, ja, alle anderen sind auch im Urlaub. Ich sage, wie sind denn alle anderen? Wir werden und alle anderen. Ja, genau. Sie folgt diesen Frauen, diesen anderen schönen Frauen in den sozialen Medien. Und diese haben plötzlich alle im Urlaub. Irgendwelche Topmodels und sonst was. Sind alle in Dubai. Nicht die Realität, alle sind sie in Dubai. Ich sage, Schatz, das ist doch aber nicht die Realität. Und da, man neigt halt schnell dazu, einfach, ja, die Realität sich ein bisschen zu verschieben. Wobei natürlich alles, was wir auf Social Media sehen, auch alles meistens zehnmal schöner gemacht wird, als es dann schlussendlich ist. Kommt dann auch noch hinzu. Das ist das nächste. Wenn es Bodybuilding ist oder in anderen Bereichen, wann wird dann noch ein Bild gepostet, was nicht bearbeitet ist. Ja. Und wie viel, naja, da wird dann so lange gedreht, bis das Sixpack richtig brutal aussieht. Ja, das Licht. Ja, ja, das Anabole-Licht, wo ich dann möglichst muskulös aussehe. Alter, da wird auch viel Schindluder gemacht. Aber auch dazu, so ein fertiges Produkt, was dann auf der Bühne steht, also der Wettkampf-Bodybuilder, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Du siehst ja nicht 365 Tage im Jahr so aus. Nein. So ein Chris Bumstead, der jetzt mal als den wahrscheinlich bekanntesten aktuellen Bodybuilder, zu nennen, der sieht halt auf der Bühne, wie lange hat er seine Form? Im Normalfall wird er seine Form über wenige Tage halten. Ja. Also zehn bis 14 Tage maximal. Ja. Danach sieht er natürlich auch nicht mehr so aus. Nur logischerweise, in den paar Tagen, wo er in Form ist, hat natürlich so ein Vollprofi, der wie viele Millionen auf Instagram hat? Sechs, sieben oder zehn, mittlerweile zehn? 19, 15. Was? 14 Millionen? Ja. Ich glaube, erfolgreichster Bodybuilder in Social Media. Wahnsinn, was der für einen Einfluss hat auf den sozialen Medien. Ja. Der macht natürlich auch in der Zeit, wo er gut aussieht, ein professionelles Fotoshooting nach dem anderen. Ja. Mit den besten Fotografen. Ja. Und am Ende sieht das dann so aus, als hätte er gerade mal einen Schnappschuss gemacht. 15,5 Millionen. Ja, das ist Wahnsinn. Aber das ist halt nicht die Realität. Das ist nicht die Realität. Und da sprechen wir jetzt vom erfolgreichsten, bekanntesten, besten Classic Physik Bodybuilder auf diesem Planeten. Und regelmäßig werde ich angeschrieben von jungen Menschen, die sagen, ja, so will ich aussehen. Ja. Da sage ich, na, viel Spaß. Ja. Da hast du ja gerade ein einfaches Vorbild rausgesucht. Ja. Ja gut, warum nicht nach den Sternen greifen, wenn man damit anfängt. Ja, Träume, Träume sind ja in Ordnung. Ja. Sollen wir auch haben. Keine Frage. Und dazu muss man auch sagen, also zumindestens wirkt ja Chris Bumsteads auch so als sympathischer Mensch, so von außen her sehen. Von daher verdient, wenn er seinen Erfolg... Ich habe ihn schon getroffen, ich habe ihn schon kennengelernt, ist ein sympathischer Typ, also ich kann nichts Schlechtes sagen, weil ich ja jetzt nicht mit ihm befreundet bin. Aber wenn man sich mal gesehen hat auf den Wettkämpfen, hat ein, zwei Worte gewechselt, man hat Hallo, kommt ja sympathisch, freundlich rüber und wahrscheinlich hat er auch deswegen den Erfolg. Weil viele sich halt mit ihm identifizieren und sagen, ey, ein cooler, gutaussehender, freundlicher Typ. Warum nicht? Aber wo ich habe, muss ich sagen, sportübergreifend immer festgestellt, umso erfolgreicher die Menschen sind, umso entspannter sind die auch meistens. Also die, die wirklich was auf dem Kasten haben, waren meistens immer sehr entspannt, muss ich sagen. Ob es jetzt in der Leichtathletik war, im Kampfsport, im Kraftsport. Ja, ist schön, wenn es so ist. Jetzt kommen wir mal zum Fall. Du hast hier eine junge Frau oder einen jungen Mann und du sagst, Matthias, Chris Bumstead oder ich möchte Profi-Bodybuilderin, ich möchte Profi-Bodybuilder werden. Jetzt ist der 18 oder sie ist 18. Was sagt man da? Triniere erst mal. Schön, wenn das jemand möchte, aber das ist natürlich jetzt ein sehr hochgestecktes Ziel. Und meine Empfehlung wäre immer, ja, man darf diese Träume und sehr weit entfernte Ziele haben, aber um dieses Ziel zu erreichen, musst du dir vorher kleine Ziele stecken. Aber warum ist es denn weit entfernt? Für die Leute, die jetzt wirklich, viele haben wirklich überhaupt keine Relation damit, was dahinter steht. Warum ist das nicht? Wieso schaffe ich das nicht in einem Jahr? Das ist ungefähr so, als würde ich sagen, ich komme zu dir und sage, ey, ich möchte ja ein Fußball-Weltmeister werden. Lass uns mal anfangen. Da wird die Relation vielleicht für jeden dann, und so ist es ähnlich, als würde ich sagen, ich will Profi-Bodybuilder werden oder ich will zum Mr. Olympia. Das ist halt der Super Bowl, die Champions League. Da kommt nicht jeder hin. Da müssen halt viele, viele Faktoren zusammenkommen, bis ich dieses Ziel erreiche. Ein unheimlich langer Weg. Man darf diese Träume natürlich beibehalten. Jedes Kind hat vielleicht den Traum, irgendwann mal Bundesliga zu spielen oder Champions League. Das ist auch in Ordnung. Aber dann muss ich anfangen, mir realistische, kurzfristigere Ziele zu stecken. Das würde heißen, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, du möchtest Bodybuilding-Sport machen, du trainierst schon, siehst schon gut aus, dann musst du natürlich wie in jedem anderen Sport dich hocharbeiten. Dann wäre das erste Ziel, mal so eine Landesmeisterschaft zu gewinnen, eine Berliner Meisterschaft oder eine Hessen-Meisterschaft. Oder überhaupt erstmal einen Wettkampf zu machen. Genau, vollkommen richtig. Und wenn ich dann sehe, ich kann in diesem Sport erfolgreich sein, dann muss ich, wie in jedem anderen Sport, auch diese Leiter hochklettern. Und dann setze ich mir immer wieder neue Ziele und dieses große Ziel, mal bei Mr. Olympia zu sein, Schrägstrich Bundesliga oder Champions League zu spielen, das kann natürlich irgendwo bleiben. Aber der Weg ist lang und dann muss ich immer erstmal schauen, wie verläuft mein Weg. Es sind zu viele Kreuzungen, Entscheidungen, die ich auf so einem langen Weg treffen muss. Dass man nie zu 100% voraussagen kann, ja, das ist möglich. Die Chance ist gering, man soll seine Träume behalten, aber immer in kleinen Schritten seine Zielsetzung erreichen. Da kommen wir jetzt auch zum Punkt, was ich auch immer heutzutage vielleicht schwieriger finde wie damals, wenn die Leute mit Sport anfangen wollen. Da kamen auch so ein paar Fragen, wie fange ich denn am besten an? Also generell frage ich dich auch, weil du auch viel mit jungen Menschen zu tun hast. Das heißt, die Generation hat sich ja verändert. Also ich kann mich da gut erinnern, ich habe mich zum Treffen mit Kumpels verabreden müssen in der Schule. Dann hat man keine WhatsApp-Gruppe gehabt, man ist da hingelaufen, man hat viel mehr draußen gemacht, man hat gespielt, man hat körperlich einfach sich viel mehr in der Kindheit und als Jugendlicher sich bewegt. Und ich finde, man hat doch, man sieht es an den Jugendlichen heute, man hat viel mehr mitgebracht, ob es Sprinten war oder so. Die wachsen heute alle auf mit ihren Smartphones, Tablets, was auch immer. Und da ist es, glaube ich, auch schwerer, so einen Sport anzufangen. So, jetzt komme ich zu dir und ich sage, wie fange ich denn an? Jetzt gibt es hier tausend Gurus, die ich auf YouTube finde. Jeder weiß es besser. Alle wollen so Kohle vielleicht auch von mir haben, manche machen es umsonst. Wie fange ich denn an? Und erst mal haben wir hier zwei Sachen, die man beobachten kann, die ich beobachte. Ich habe ja mittlerweile seit fast 25 Jahren mein Fitnessstudio. Es gibt zwei Dinge, die ganz wesentlich ins Auge fallen. Zum einen, die Kinder und Jugendlichen werden immer unsportlicher, vielleicht auch bedingt durch die höheren Anforderungen in der Schule, über Playstation, was hinzukommt, mehr Fernsehprogramme und, und, und. Das kannst du beobachten, immer mehr dicke Kinder, unsportliche Kinder. Auf der anderen Seite kann ich aber auch beobachten, dass die Jugendlichen, jungen Menschen, die zu mir ins Studio kommen, teilweise mit 14, 15 Jahren, dass die schon wesentlich mehr Ahnung haben, als ich damals mit 14, 15 Jahren. Die gucken halt auf, und jetzt haben wir wieder diesen positiven Aspekt der sozialen Medien, die kennen schon Übungen, die haben schon ihre Vorbilder, die kommen hier ins Studio und dann frage ich die, brauchst du einen Trainingsplan? Nö, hab hier YouTube das geguckt, dies geguckt. Und dann gehen die an die Geräte und die machen das teilweise, die meisten von denen, wirklich gut. Wir schimpfen immer auf die jungen Leute, die trainieren nicht mehr richtig hin und her. Aber ich hab bei mir wirklich ein paar im Studio und auch bei mir im Coaching Respekt, die machen das ordentlich und die haben auch schon ein relativ weites Wissen. Auch von meinem Bruder, die Tochter, die ist noch keine 16, aber die erkennt sich mit Ernährung aus, die weiß Protein und hier, und das hab ich doch damals nicht gewusst. Und ich hab mir dann noch meine rohen Eier getrunken, weil es der Rocky gemacht hat. Also da muss man schon beobachten, auf der einen Seite Probleme, auf der anderen Seite aber auch viele junge Menschen, die schon einen sehr hohen Bildungsstand haben, die es schon super auskennen, die sich schlau machen, also Respekt da an euch, super Sache, was da viele schaffen. Ja, wie gehe ich das Ganze an? Der einfachste, und das hört sich jetzt dumm an, der einfachste Weg ist der, wie man das früher vom Prinzip her auch gemacht hat, mein Kumpel trainiert schon, ich häng mich mal dran. Hört sich jetzt doof an, aber das funktioniert. Einfach mal machen. Ja, einfach mal machen, dann mit dem Kumpel mitgehen, der sich vielleicht schon auskennt. Das heißt, wir haben hier so das Prinzip, einer trägt es weiter, vom Nächsten zum Anderen, der Meister zum Schüler, wie im Kampfsport auch. Das ist ein Weg, den halte ich für vernünftig, den halte ich für gut, den kann ich auch hier im Alltag immer wieder beobachten. Ja, ich gehe mit meinem Kumpel, der kennt sich schon aus. Ja, super, gebt es doch weiter, das Wissen, was ihr habt. Zweite Möglichkeit, ich gehe in ein Fitnessstudio, wo ich halt eine Einweisung bekomme, wo mir dann von einem Trainer gezeigt wird, die Basics, wie funktioniert das. Und dann muss ich mich halt mal einlesen, mal ein Buch kaufen über Fitnesssport, über Kraftsport, vielleicht auch mal irgendeinen YouTube-Kanal abonnieren und mir das Ganze anschauen. Da gibt es ja nicht nur Schlechte. Es ist natürlich schwierig zu selektieren, was ist gut, was ist schlecht, aber mit der Zeit wird man das vielleicht raussuchen können. Eigene Erfahrungswerte, die man dann halt macht. Eigene Erfahrungswerte. Und natürlich macht man am Anfang Fehler, das gehört aber dazu, hat auch jeder von uns gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist das ein einfacher Weg, zu sagen, Fitnessstudio, da gucke ich, bekomme ich einen Trainingsplan, habe ich da einen Trainer. Und dritte Möglichkeit, wenn ich den finanziellen Background habe, sucht euch halt einen, der euch coachen kann. Das muss keine lebenslange Coaching-Zeit sein. Nehmt euch für drei bis sechs Monate einen Trainer, dass ihr die Basics kennenlernt, dass ihr Trainingspläne bekommt, dass ihr euch mit jemandem austauschen könnt. Weil wir haben aktuell natürlich viele, viele Fitnessketten, wo ich günstig trainieren kann, wo ich dann aber nicht mehr regelmäßig oder immer den Ansprechpartner habe, den Trainer. Das heißt, ich bin ein bisschen alleingelassen auf dieser großen Trainingsfläche. Und alle laufen so rum mit ihren Micky-Mäusen. Genau, genau. Da fehlt mir vielleicht einfach mal einer, den ich fragen kann. Da macht es dann schon Sinn, sich einen Coach zu suchen, in so ein Coaching mal zu investieren, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt. Und auf der anderen Seite, wenn du Sportarten hast, wie Golf oder Tennis oder Surfen oder Skifahren. Bezahlst du alles. Alles. Bezahle ich es natürlich auch. Warum jetzt auch nicht hier im Bodybuilding oder im Fitnesssport, wenn ich sage, ich will das von Anfang an richtig machen, warum nicht diese 500, 600 Euro investieren, um einmal einen gewissen Bildungsstand mir zu schaffen, die ersten Trainingspläne zu haben und dann Und ganz ehrlich, ich habe schon so viel Geld in so viel schlechtere Sachen investiert. Und da hätte ich lieber mein Geld in andere Sachen reingesteckt. Wie gesagt, im Golf, im Tennis, im Reiten, im Tanzen. Überall ist es normal. Beim Bodybuilding und Fitnesssport. Oder fangen wir mit Go-Krat an oder irgendwas in der Richtung. Da weigert man sich halt noch so ein bisschen. Und natürlich wird es immer wieder Stimmen geben, die sagen, ja, der hat mir Scheiße erzählt und der hat dies. Ja, es gibt aber in jedem Beruf gute Trainer, schlechte Trainer, gute Pizzeria, schlechte Pizzeria, gute Schauspieler, schlechte Schauspieler. Das bringt doch jeder Beruf einfach so mit sich. Und natürlich kann es dann auch passieren, dass ich an so einen Typen komme da im Coaching, der keine Ahnung hat. Aber informiert euch doch vorher. Schaut, wer ist im Sport schon lange verbunden? Wie lange macht ihr das schon? Und dann entscheidet euch, sucht euch einen Coach und investiert einmal das Geld. Ist nicht das Schlechteste. Wenn es nicht auf die anderen Wege klappt, die ich eben vorgeschlagen habe. Und was ich meistens auch besser finde, also gerade als ich jetzt hier zu dir in eine Studie gekommen bin, ich muss sagen, ich mag ja diesen Charme von privat gefühlten Studios, weil du hast meistens noch ein bisschen auch, also nicht nur, dass es ein bisschen persönlicher ist, auch familiärer, meistens auch unter den Mitgliedern, weil man kennt sich dann so ein bisschen, du hast da auch meistens dann schon ein paar erfahrene Jungs oder Mädels, die dann auch mal gucken und dir einen Tipp geben. Normalerweise schon. Ja, also meistens ist das Klima, finde ich, in solchen privaten Studios meistens ein bisschen schöner, wie in so einer größeren, anonymeren Kette. Klar, es ist ein Luxus, wenn ich sage, ich kann aber nur morgens um drei Uhr nach, weil ich Schichtarbeiter bin, trainieren gehen, für 20 Euro in einem McFit oder was auch immer, ja klar, dann ist sowas vielleicht die richtige Methode. Aber wenn ich gerade so Anfänger bin, finde ich, das sind die Studios meistens auch wirklich die besten. Hat ja früher bei uns auch funktioniert. So haben wir es ja gelernt. Wenn ich überlege, wie groß mein erstes Studio war, das hatte gefühlt 50 Quadratmeter, aber irgendwie war das geil. Ja, da war halt dann auch einfach noch mehr Kommunikation unter den Sportlern. Klar, von so einer großen Kette in so einem großen Studio ist das dann wahrscheinlich nicht mehr so, es ist halt einfach weniger persönlich, aber das ist halt dann so. Dafür kann ich für günstig Geld trainieren. So, was auch immer gefragt wird, schneller Aufbau, schneller Fettverbrennung, ich habe das mal zusammengefasst, alles was schnell ist, würde ich schon mal von mir aus durchstreichen, schnell gibt es in dem Sport nicht, weil du mit dem Körper zu tun hast. Ja, schnell ist immer relativ. Was ist schnell? Und schnell ist meistens nicht langlebig. Es gibt einfach gewisse physikalische Gesetze, die kannst du halt auch nicht außer Kraft setzen. Das heißt, die Dinge brauchen dann einfach eine feste Zeit. Und gerade was Muskelaufbau betrifft. Muskelaufbau dauert unheimlich lange. Muskelaufbau, das Erste, was du mitbringen musst, ist Geduld und Konstanz. Geduld, Konstanz und das über Jahre. Egal was du machst. Ansonsten würden wir alle aussehen wie Chris Bamstead oder wie du, wenn es so einfach ginge. Aber du brauchst unheimlich viel Disziplin und das Erfolgserlebnis beim Kraftsport bleibt halt dann auch mal eine Zeit lang aus. Wenn ich Basketball spiele, ich werfe einen Korb, ich freue mich. Im Bodybuilding, im Fitnessstudio, da habe ich nicht jede Woche den Korb, den ich werfe. Sondern da habe ich auch mal Wochen, wo ich vielleicht keinen Fortschritt mache, nicht stärker werde. Wo ich nicht gleich besser aussehe. Also man muss da sehr viel Konstanz, Geduld und Disziplin mitbringen. Das macht es so schwierig. Und deswegen sieht natürlich auch nicht jeder so aus wie ein Model. Das ist halt die eine Sache. Muskelaufbau, langwierige, anstrengende Geschichte. Und natürlich dann auch noch sehr abhängig von meiner Genetik. Es gibt halt Menschen, die haben Glück, die haben eine bessere Genetik. Andere haben halt einfach Pech. Die haben so auf gut Deutsch so eine Arschlochgenetik. Die müssen sich noch mehr quälen. Aber die können es ja trotzdem schaffen. Die können es trotzdem schaffen. Vor allem können sie es schaffen, sich zu verbessern. Verbessern kann sich jeder. Also das zum Thema Muskelaufbau. Beim Fett abnehmen, beim Gewicht abnehmen, das geht etwas schneller. Da sieht man auch wesentlich schneller die Erfolge. Auch hier sollte man es natürlich nicht übertreiben. Also irgendwelche Crash-Diäten, sich Hunger zu hungern. Der Schuss geht meistens nach hinten los. Eine realistische Gewichtsreduktion wären so 500 bis 1000 Gramm pro Woche. Mehr würde ich nicht abnehmen. Wenn jemand ein halbes Kilo pro Woche abnimmt, ist das in Ordnung. Und dann wird er auch langsam, aber stetig an diese Form kommen, die er sich wünscht. Absolut. Und was ich auch noch sagen kann, wenn ihr einmal einen Weg gefunden habt und einen Coach gefunden habt, wie jetzt Matze zum Beispiel beschrieben hat, dann bleibt erstmal dabei und probiert es aus. Und lasst euch nicht von 1000 Leuten einen 1000 guten Ratschläge geben. Weil das lenkt dann auch immer ab. Wenn ich was habe, ziehe ich es erstmal durch. Und dann kann ich irgendwann sagen, okay, jetzt probiere ich vielleicht mal was anderes aus. Aber Konstanz. Also eine Sache, die für meinen Erfolg maßgeblich ausschlaggebend war, war, dass ich von Anfang an mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet habe. Das war im Kampfsport so. Bis heute, seit über 40 Jahren, bin ich mit meinem Kampfsporttrainer befreundet, eng verbunden. Von Anfang an hat der mir die richtigen Wege gezeigt. Und später dann im Bodybuilding war es genauso. Ich habe großes Glück gehabt. Ich habe die richtigen Menschen kennengelernt. Frau Dr. Martina Olesch, Detlef Herget, damals auch den Pitt Trenz. Das waren Menschen, die den Sport schon über einen langen Zeitraum gemacht haben, die sehr viel Trainererfahrung hatten. Und mein großes Glück war es, dass ich an die gekommen bin, die sich wirklich auskannten. Und dadurch habe ich relativ schnell auch dann diese Erfolge gehabt im Bodybuilding-Sport. Und die es gut mit dir gemeint haben. Absolut, ja. Die haben es wirklich gut mit mir gemeint. Und auch mit denen bin ich bis heute befreundet. Seit jetzt fast 20 Jahren. Da gibt es ja auch die berühmten Negativbeispiele. Dann hast du einen begnadeten Boxer wie Mike Tyson, der alles gewonnen hat. Und dann kommt er an die falschen Leute ran. An den Promoter, Don King oder wie sie alle heißen. Die sind bis heute verfeindet. Also er mag ihn bis heute nicht. Also es kann auch so oder so. Kann auch in die andere Richtung gehen. Ich habe auch gesagt, ich habe Glück gehabt, dass ich da die richtigen Menschen kennengelernt habe, von denen ich dann auch so viel gelernt habe. Ja, kann ich nur sagen, vielen Dank dafür. So, jetzt mal zwei etwas einfache Fragen. Der Shake danach, sinnvoll? Ja, macht durchaus Sinn. Oder generell Eiweißshakes, war noch eine Frage. Ja, auch hier muss man das Ganze natürlich mit zwei Augen betrachten. Auf der einen Seite immer Basis ist eine versünftige, gesunde Ernährung. Und natürlich ist dieser Proteinshake nichts Besonderes. Dieses Protein, was ich aus dem Shake zu mir nehme, könnte ich auch über andere Lebensmittel zu mir nehmen. Aber der Shake erleichtert es mir natürlich, das Protein zuzuführen. Zum anderen ist es ein sehr hochwertiges Protein, ein sehr gut verdauliches Protein. Die Shakes schmecken mittlerweile auch gut, ist ja auch eine Komponente. Befriedigt so ein bisschen dieses Süße. Ja, man könnte sich ja auch ins Studio stellen, eine Dose Thunfisch essen. Dann hätte ich auch Protein zugeführt. Aber wer will das? Da schmeckt dann so ein Cappuccino, Milchshake natürlich wesentlich besser. Vom Prinzip her kannst du deine ganzen Eiweißquellen aus den normalen Lebensmitteln holen und auch abdecken. Vielleicht ein Zeitpunkt, wo der Eiweißshake allen anderen Lebensmitteln überlegen ist, das ist der Shake direkt nach dem Training. Es macht Sinn, nach dem Training direkt nochmal Eiweiß zuzuführen. Eiweiß, was leicht und schnell verdaulich ist. Und da würde halt der Körper länger brauchen, wenn er jetzt so ein Schnitzel oder so ein Steak verdauen muss. So ein Whey-Protein-Shake ist einfach sehr bekömmlich, leicht verdaulich. Und deswegen, zu dem Zeitpunkt ist der Shake, glaube ich, allen anderen Produkten überlegen und macht Sinn. Mit Kohlenhydrate? Wenn ich schwer trainiert habe? Der leistungsintensive Sportler, der sollte das mit Kohlenhydraten zuführen. Wenn ich aber Freizeitsportler bin, Hobbysportler bin, den Tag über ausreichend gegessen habe, reicht der Shake auch ohne Kohlenhydrate. So, finale Frage. Jungs oder Mädels, die wirklich Schwierigkeiten haben, damit Masse aufzubauen. Ich sage immer, ihr esst wahrscheinlich trotzdem nicht genug. Aber auch da gibt es ja die Leute, die sind irgendwelche Stoffwechselwunder. Was macht man da? Wenn du einfach Probleme hast, um jedes Gramm kämpfen musst, ich würde sagen, dann ist es halt so. Aber gibt es, so Menschen gibt es, denen begegne ich auch jedes Mal wieder bei mir im Coaching. Es ist einfach unterschiedlich. Auf den ersten Blick sehen wir Menschen alle gleich aus, aber auf den zweiten Blick dann doch wieder ein bisschen anders. Funktioniert jeder ein klein bisschen anders. Und dann hast du halt Menschen, die wirklich sehr effektiv sehr viele Kalorien verbrennen. Und die haben dann tatsächlich keine andere Möglichkeit, als einfach mehr zu essen. Wobei sie sich auch hinterfragen müssen, ist diese Nahrung, die ich zu mir nehme, wirklich geeignet, um Muskulatur aufzubauen? Da gibt es auch nochmal Unterschiede. Es gibt einfach Nahrung, die ist qualitativ hochwertiger. Die kann unser Körper besser verwerten. Während andere Nahrung, die ich zu mir nehme, einfach nicht dazu geeignet ist. Wie bei einem Sportwagen auch. Ich kann den Sportwagen nicht mit Heizöl fahren. Auch da brauche ich eine gewisse andere Qualität an Treibstoff. Und dann das zweite ist, oftmals wird es auch falsch eingeschätzt. Wenn ich da mit den jungen Menschen hier spreche, dann sagen die zu mir, ja ich esse viel. Ja, was ist denn viel? Und dann lasse ich die mal die Kalorien errechnen und ich erstelle ihnen einen Ernährungsplan, wo dann 3000 Kalorien drin sind. Und dann schaffen die diese 3000 Kalorien nicht zu essen. Um das vielleicht nochmal zu erläutern, ein durchschnittlicher Erwachsener isst ungefähr 2500 Kalorien. Das heißt, da sind wir jetzt ein bisschen höher bei 3000. So ein junger Kerl, der Muskeltraining macht, 3000 Kalorien ist jetzt noch ein realistischer Wert. Muss man sich immer individuell anschauen, aber nehmen wir mal an, diese 3000. Aber 3000 Kalorien mit gesunden Lebensmitteln zu sich zu nehmen, ist gar nicht so einfach. Und das schaffen die meisten nicht. Wenn die dann einen Ernährungsplan bekommen, mit Reis, Hühnchen, Quarkmilch, Eier, Gemüse, Hülsenfrüchte. Also so unverarbeitete Lebensmittel. Genau, du sagst es. Ich glaube, Dexter Jackson war so mit der erfolgreichste Wettkampfbodybuilder im offenen Bodybuilding-Bereich. Er hat gesagt, er freut sich am meisten nach seiner aktiven Zeit, wenn er nicht mehr so viel essen muss. Ja, es gibt viele Bodybuilder, die das sagen. Auch ich habe mich schwergetan, damit diese Kalorienmengen zu mir zu nehmen. Weil es ja kein natürliches Gewicht ist, muss man sagen. Nein, das Gewicht, haben wir ja schon gesagt, war natürlich hochgezüchtet. Und dementsprechend viel musste ich natürlich auch essen. Und wenn ich dann täglich meine 5000, 6000 Kalorien essen musste, das macht keinen Spaß. Ich war, glaube ich, auch ein schlechter Bodybuilder. Im Aufbau war ich immer satt, in der Diät war ich immer hungrig. Aber das Bild sah gut aus. Genau. Aber es ist tatsächlich so, ja. Dann haben wir eigentlich die Fragen soweit durchgearbeitet. Wir können festhalten, Matthias, du unterschreibst es so. Sport kann man machen, sollte man machen, so lange wie möglich machen. Sucht euch einen richtigen Trainer, lasst euch beraten. Seid diszipliniert, ehrgeizig, habt einen langen Atem, was eure Ergebnisse angeht. Und macht das, wo ihr lustig drauf seid. Habt Spaß dabei. Weil das soll ja auch Spaß machen. Absolut. Die Leute fragen mich auch immer, ja, was das Wichtigste wäre. Das Wichtigste ist einfach, dass die Dinge, die ich mache, auch mit Spaß und Leidenschaft gemacht werden. Ja. Wenn ihr etwas mit Spaß und Leidenschaft macht, dann werdet ihr auch erfolgreich sein. Ob es, Sport, beruflich, Familie, Freundin, alles. Leidenschaft schlägt Wissenschaft. Und wenn ich dann noch die nötige Portion Spaß daran habe, werdet ihr erfolgreich sein. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank. Wir haben hoffentlich ein paar Antworten von euch klären können. Und wenn nicht, dann stellt sie halt einfach in den Kommentarbereich. Ich sage herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte bei dir. Gott, so warm. Ich freue mich. Dann hast du das letzte Schlusswort. Ja, genau. Du darfst mal das Video beenden. Ich darf das Video beenden. Mit den Worten, was du am besten hast. Du hast es gerade schon gesagt. Vielen Dank an dich, dass ich hier in deinem Video auftreten durfte. Kann man das so sagen? Ja. Du hast ja auch einen eigenen Kanal. Den blenden wir noch unten ein. Ach so. Ja, das ist nett. Genau. Das wäre ein schönes Schlusswort. Wenn ihr mehr über Bodybuilding oder Fitnesssport hören wollt, sehen wollt, dann gerne mir auf Instagram folgen oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich drüber. Und bleibt gesund. Ich freue mich drüber. 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 Vielen Dank.